Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir kämpfen uns ein bisschen weiter vor. Wir wollen ja ans Ende von diesem super tollen Steg hier. Was hat mich jetzt? Achso, wieder so ein Flattermann. Leckt mich. Achso, jetzt ihr auch. Jetzt habt ihr plötzlich Bock. Ihr seid die Beste. Ich liebe euch. Ich bin ein riesen Fan von euch. So, fangen wir direkt mal an. Jedes Mal die gleiche Kante. Ja, danke Handy. Ich weiß, wie spät es ist. Das lässt sich auch nicht stumm schalten, Leute. Es tut mir leid, aber das kennt ihr ja mittlerweile. Ja, aber wohl, war vielleicht ein bisschen lauter. Ich hab mir dann doch mal ein neues hinbekommen. So nach vier Jahren. Totaler Medien-Zirkus im Internet. Rennt die ganze Zeit noch mit so einem Handy-Knochen. Through me. 10 out of 10. So. Feuer. Ne. Nee, du kickst mich da runter, Mann. Ich glaube nicht, dass ich... Aber kriegst du das auf die Kette, oder soll ich... Ja, perfekt. Dann kann ich bis hin bis hin bis hin hin. Komm schon. Los! Feuer. Okay. Ja, cool. Echt cool. Hast du geschrumpft, oder? Was ist da los? Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Nee, nee. Diese Random-Encounter gehen mir auf den Sack. Ich will jetzt... Vor allem sind die nervig. Da ist noch so ein Fliffy dabei. Danach ist jetzt aber auch gut, oder? Joa, okay. Lass mich halt auch da hin. Danke. Ja, ich meine, ich habe ja nichts gegen Encounter. Ich habe mich ja auch die letzten Folgen beschwert, dass wir zu viele Cup-Scenes haben mit Encountern dazwischen. Aber die sind einfach nervig. Die sind Gammels... Das sind kleine Gammelspiecher, die mich durch die Gegend treten. Und so ein Tod, wie gerade so an der Kante ist, ist es auch einfach vollkommen sinnfrei. Ja, jetzt stirbt Benia auch noch weg. Von gar nichts. Ja. Ja. Ich bin mir ja leid, aber die Zeit, in der wir solche Fliffys da umgenutscht haben und da ich da Probleme mit hatte, die ist lange vorbei. Ey, ich zwehe, du schmeißt mich wieder in die Richtung. Ja, cool. Sag mal, was ist denn los? Was greift mich denn da an? Warum kassiere ich denn so viel? Das Ding ist, das Ding da... Nee. Auch nicht, ne? Nee. Was ein Blödsinn! Ach, dieses Scheißding da. Ja, cool. Danke. Ihr seid... Ihr seid... großartig. Ich bin ein riesen Fan von euch. Feuer. Also, Wasser. Dings. In diese Richtung. Hat. Was ist das denn für ein blödes Teil? Ich sehe gar nicht ein... Ja, cool. Sag mal, was macht das Ding? Was ist denn das für eine Glass Cannon? Ja, cool. Jetzt stehe ich hier mit meiner lahmen Axt und kann nichts tun. Ist das Ding schon mal am schwanken? Dann hätte ich den jetzt auch kombonen können. Aber nein, ich müsste ja das Wasser beantworten. So, jetzt da geh. Kaputt. Und jetzt diesen blöden Fliefen. Weh, der kickt mich da jetzt runter, während ich... Lootgeiere. So. Klick. Nice. Schütteln wir da noch ein bisschen was raus. Oh, es kommt Rache. Blödes Teil. Diese einfach alle durcheinander reden. Mist, jetzt habe ich nicht zu spät gesehen, dass der Herr Rock den Vierer hatte. Schütteln wir mal die Schind. Schnell. Ey. Oh, komm schon. Ähm. 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 Wenn ich dazu auch was sagen dürfte. Klick. Klick. So. Kau ich dir die Homme weg. Achso. Achso. Ja. Ja. Cool. Geh mir da nicht auf den Sack. Seit wann ist denn das so ein Problem, bitte? Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. So. Hier kannst du vielleicht mal so eine Kapsel einsammeln. Habe ich aber auch keine Lust mehr. So. Ja. Aber Dings lohnt sich nicht. Also Angriffskette lohnt sich auch nicht. Das war's doch jetzt, bitte. Na komm schon. Alter Vater. Was ein Blödsinn. Wieder halbe Folge mit dem Scheiß verbraten. Für nix. Dafür, dass ich jetzt. Dafür, dass ich da. Wieder jetzt. Letzte Folge. Ja, hier. Kacke. Blödsinn. Was ein Schmuh. Hi. Statist. Ich frage mich, ob ich da durchtrainen sollte. Stern von Indole. 62. Und da hinten ist immer noch Prügelei. Und immer weicher. Ich laufe jetzt einfach. Ja, komm mal mit hier. Komm mal mit. Geht doch. Was ist ein Medea? Egal. Wird verhauen. Du blödes Stück, ey. Aber dann habe ich wenigstens den Flattermann wieder skippen können. Was ist mit dir? Plink, plink, plink. Stätigen wir mal kurz. Und dann mach das hier. Ja. Hm. Hm. Ja, der hat zum Glück auch nicht. Ach ne, das ist der. Das ist der. Das ist so ein Panzer. Was hatten wir denn vorhin gerade? Da war doch was anderes. Da fliegt doch schon wieder so ein Scheiß. Ich hab's doch genau gesehen. Der liegt da. Verdammte Axt. Ich kann ihn noch nicht mal länger weg sein. Das steht hier jetzt. Brock, ich klage damit. Brock, Alter, kannst du das mal tauschen, bitte? Leggy, scheiß Kampfmenü. Ich hab Angst, jetzt die Angriffskette rauszuhauen, weil wenn er mich dann danach umhaut, sind wir im Saal. Ja, komm, dann. Komm mal hierhin, gedribbelt, vielen Dank. Ja, komm, dann mach auch die zwei. Mach auch die zwei! Warum nicht? Muss Nia wieder, oder was? Warum machst du nicht die zwei? Warum kannst du das nicht? Wir haben keinen Uplink, oder? Ja, wir haben gerade irgendwie null Uplink. Doch, wir haben einen, aber der ist, guck mal, der ist so ganz blass blau. Das soll das nicht? So, da kommt der Lächer mit, das ist doch toll. Blödes Stück. So, Morag beantwortet den Feuer gleich, das ist schon okay. Und die Omega-Lady hole ich mir ja hinten für den Peepers auf. Wenn ich nicht eh schon wieder sterbe, warum? Nia, dein Job ist scheiße. Achso, ja, Nia liegt auch, ich brauche auch noch Fressen. Ne, nicht die Dampfbombe, bitte. Ich muss sagen, eigentlich auch Wagen, oder? Ja, ja. So, jetzt reicht's. Du bist down, sterb von Indolz, jawus. Hä? Musst du jetzt auch, was? Hä? Und was hatte ich dann eben, was hatte ich dann eben in, äh, im, im, im Ziel? Ach, das Ding. Ja, okay. Können wir mal speichern vorher, ne? Nur so, äh, für alle Fälle. Ah, ist ja auch ein Boss. Greift mich auch nicht an. Ob ich mich da jetzt nicht übernommen hab. Ja, ich hoffe, Nia kriegt es, ich hoffe, unsere Position ist ordentlich. Weil eigentlich bei den ganzen KP-Kapseln, die ich spawne mit Mithra, sollte das gehen. Sollte. Ah, da sind wieder Statisten. Toll. Oh, bitte, bitte, bitte. Na ja, vergiss es. Hat sich direkt wieder erholt vom Schwanken. Den setzen wir einfach so dazu, komm. Oh ja. Nehmen wir diese Statisten mal ein bisschen zu boxig. Ach so, ja, cool. Greif ruhig nicht an. Orak, kannst du mal, äh, hi. Das Medea-Ding zieht aggro. Fuck you. Ja, geil. Und ich bin da. Ja? Ich hasse es. Ich hasse es. Und er. Rockfeuer. Rock, Feuer. Hilft nix. Komm, wir ziehen das so lange. Wir ziehen jetzt so viele Kugeln wie möglich hoch. Der hat ja komisch... Ja gut, es geht. Er hat schon AP, aber... Oh, Nia geht kaputt. Ihr habt nix, wo ich mit dich spawnen kann. Oh, scheiße. Und... Hi. Komm mal wieder hoch, bitte. Na so, komm. Gunmorak auch den Dreier. Ist mir egal. Da. Dann haben wir gleich schon zwei Kudom. Ne, drei. Drei. Ich kann nicht richtig einschätzen, wie viel HP das Fliege hat und wie viel wir mit der Angriffskette machen können. Aber vier. Vier sollten reichen, wenn das Teil auf Hälfte HP rumhängt. Aber hier kann ich nicht. Nia macht mich nie traurig. Einfach weil... Einfach weil Sacred Arrow Baller. Und weil ich damit erscheint, dass Ed noch plattgehauen habe. Nein, Nia, du sollst nicht... Vor allem sollst du nicht Luft bestätigen. Mann. Da ist Zeug. Gibt mir das. Ja, super. Was ist denn? Kapitänkapseln. Warum liegen da hinten? Dann machen wir halt nochmal. Ne, 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 ne. Ich würd gern, äh, Dings. Ich weiß nicht, ob die Reichweite bis zu den Statisten da hinten reicht, aber man kann ja trotzdem mal schießen. Nice. Wieder einer weniger. Einfach, Ariels. Einfach, Ariels. Schwanken? Vergiss es. Ich hatte den Skill gerade eh nicht ab. Warum blödsinn? Wim kann das schon. Ich behalte es jetzt mal so, falls Nia das nicht aufgeladen hat. Doch, tut sich geil. Noch eine Murmel mehr. Sehr schön. Und ein bisschen Heilung. Natürlich nie verkehrt. Geht aber auch mühselig voran mit dem Typen. Ist nix, ist nix, Electora. Ich kann schon CD4 hoch. Danke. Mensch, geht das schnell mittlerweile. Ist der Wahnsinn. Ich mir überlege, vor ein paar Kapiteln, wie ich damit gespruggelt habe, überhaupt mal so ein Teil aufzuladen innerhalb des Kampfes. Krasses Teil. Also, mittlerweile mit den Skills nicht schlecht, nicht schlecht. Ich werde mich jetzt wieder bemühen, auch noch eine Angriffskette wieder zu beantworten. Das Eis-Ding zum Beispiel. Wenn Nia so freundlich ist. So, sehr gut. Warum darf ich jetzt wieder nicht? Da, hau rein damit! Okay, okay, okay. Und gib ihm! Klick! So, den Statisten noch umgeboxt. Ich hab's genau gesehen. Vielen Dank, wunderbar. Also, Es ist in Gehtnaut. Ja, das haben wir nicht mehr beantwortet. Und Feuer haben wir eh schon. Passt. Komm, Feuer. Gib ihm einfach. Hat. So, was gibt's da? Nehmen wir dann die Erde dagegen. Shit. So, da, komm hier. Du kannst. Yeah, Bruch. Okay, alright. Nice. Jetzt haben wir eh gewonnen. Click. Du blödes. Click. Leist ist fast voll. Voller Element. Ja, ist voll. Voller Element. Brügelei. Komplette Vernächtigung. Ah, der Bonus explodiert total. Sehr schön. Cinematic. Einfach mit jedem Schlag noch mal. Nice. Pick, 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 pick. Seltene Kernkristalle. Sweet. Und natürlich wieder Überlänge. Okay, Leute. Ihr könnt mal gerne liken, abonnieren, kommentieren. Und order teilen. Ich bin raus für heute. Blick out. Ich bin raus jerknut. Und, bis dann.